ja guten morgen liebe leute so ab jetzt geht's los ich arbeite heute mit dem zusammen wenn ich auch hilfe schauen wir mal was da so passiert heute also baumfällen klar oder baumpflege sind ja heute wieder mal am wasser kennt er noch von letzten jahr die baustelle also dann los die kinder sind in der schule der tony ist auf dem weg zur baustelle ich werde jetzt heute wie gesagt denn es mal unterstützen er braucht bei ihrem auftrag ein bisschen hilfe weil er sonst zeittechnisch einfach nicht hinkriegt und da helfen jetzt einfach mal kurz aus jetzt folgt die stadtautobahn runter das adlershof und dann nach bügelheim durch und ihr kennt den auftrag wie gesagt schon vom letzten jahr werdet ihr sehen das ist der zweite baum der muss jetzt gemacht werden der ist stark bruchgefährdet wohl und deswegen muss der arg zurückgeschnitten werden schade um den baum aber was soll man machen also wie gesagt zusammenbrechen darf auf keinen fall auf alle fälle immer geiles wetter muss ich sagen der himmel sieht richtig geil aus richtig klar der sonnenaufgang herrlich schöne farben mag ich sehr super ist ein neuer rekordlober von stiglitz bis müggelheim das überlegen 40 minuten das ist schon in ordnung das ist schon was und wird unter beachtung der verkehrsregeln auch die sonne herrlich herrlich schon ein riesenplanet blutrot steht sie da hängt sie am fernamen und lenkt mich ab weil ich jetzt abbiegen muss also denn es ist schon da jetzt habt ihr mal fantastisch bin wirklich geradezu stolz der muss runter frisch 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 ist der chef schon da was für ein schöner ach ist schön ich auch vor doch mal ich Vielen Dank. 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 Bye. 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 kommt morgen nikki los ich sag mal tschüss wir sehen uns morgen wieder macht die tue bis dann tschau sagt der domi